Passend zu meinen ganzen Insta360 X4-Videos in den letzten Wochen gucken wir uns heute das Insta360 Studio genauer an. Das sieht so aus und liegt aktuell in der Version 5.1.0 vor. Aber wenn wir loslegen, habe ich noch eine Bitte an dich. Du findest unten drunter in der Videobeschreibung einen Link zu meiner aktuellen Follower-Umfrage. Wäre super cool, wenn du die ausfüllen könntest. Das hilft mir nämlich, zielgerichteter Content zu produzieren. Und wenn du noch kein Follower oder Abonnent, heißt es ja bei YouTube, macht auch nichts, kannst trotzdem ausfüllen und dann eben auch gleich Kanal abonnieren. Nein, muss nicht. So, legen wir aber los mit dem Insta360 Studio. Das gibt es für Windows und für macOS. Und tatsächlich ist es nur sinnvoll, das Insta360 Studio zu benutzen, wenn du auch eine Insta360 Kamera hast. Hier sind die kompatiblen Kameras auch aufgelistet. Und wie du siehst, da steht auch eine Ace Pro zum Beispiel drauf. Also keine 360-Grad-Kamera, denn tatsächlich kann man auch da ein bisschen reframen und ein paar Sachen einstellen. Darauf gehe ich aber heute nicht ein. Ich gehe nur auf 360-Grad-Video ein, denn wenn du weißt, wie 360-Grad-Video geht, und das ist eigentlich auch das Hauptding, wieso man das Studio nutzt, dann kannst du auch die nicht-360-Grad-Videos bearbeiten und auch Fotos. Also nur 360-Grad-Video heute. Ich würde auch sagen, wir machen gar nicht lang rum, sondern gucken uns die Sache direkt an. Also wie gesagt, so zieht das Studio aus. Oben Menü, was man eigentlich kaum braucht, weil man alles auch irgendwie anders machen kann. Hier kommen die Dateien rein. Dann kann man hier zwischen Medien und Projekt wählen. Zeigt ja alles gleich. Was vielleicht noch wichtig sein könnte, sind hier Einstellungen. Wobei, ich habe da nie was geändert, wollte es dir nur gezeigt haben. Falls es irgendwie Probleme gibt, kannst du hier die Hardware-Beschleunigung zur Zeug eben ausstellen. Oder hier, nee, hier kann man Pfade einstellen. Also nur, dass du weißt, man kann tatsächlich auch ein bisschen was einstellen. Importieren. Machen wir jetzt als allererstes. Dateien importieren, macht man entweder hier auf das Plus oder hier auf das Plus oder hier auf Dateien öffnen. Also da führen viele, viele Wege nach Rom. Oder auch Track & Drop. Machen wir einfach mal hier Dateien öffnen. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Nehme ich hier im Beispielordner. Wählen wir alle aus. Ah, hier sieht man schön, guck mal, das ist von der Insta360 X3. Die X3, die hat noch je Linse jeweils eine Datei gemacht. Die X4 macht eine Datei für beide Linsen. Und da gibt es noch das LRV. Das heißt, LRV ist eine Low Resolution Version oder sowas. Das ist eben das Gleiche nochmal mit einer niedrigen Auflösung quasi als Proxy oder so. Also öffnen wir die Sache mal. Dann importiert ihr die hier rein. Und jetzt haben wir, obwohl so viele Dateien waren, eben nur noch zwei Dateien drin. Hier oben zeigt er uns die Dateien an, die wir lokal haben. Können wir hier verschieden sortieren. Jetzt ist es nach nichts sortiert. Wir können es nach Kameras sortieren. Gut, wir haben nur zwei Dateien. Da wird nicht großartig viel passieren. Größe, Datei, Typ, Datum, Aufsteigen, Absteigen. Wie man das halt so kennt. Vorschau kann man etwa so als Bild machen. Oder kleines Bild. Oder so eine Liste. Dann haben wir hier noch Dateien, die auf der Kamera sind. Haben wir hier nicht. Wir haben sie alle lokal. Ich ziehe die übrigens so rüber, dass ich hier einfach ein Kabel reinstecke. Dann kann man auf dem Display auswählen, dass es ein Laufwerk sein soll. Ein USB-Laufwerk. Und damit kann man es ganz einfach rüberziehen. Kannst du aber die Karte rausmachen. Habe ich früher auch oft gemacht. Mache ich in der Zulzeit eigentlich nicht mehr. Hier kann man sich noch Favoriten anlegen. Oder vielmehr kann man sich die Favoriten hier anlegen, indem man Rechtsklick macht. Und dann Favorisieren. Da hat man hier ein Sternchen drin. Und gleichzeitig haben wir die Sache eben auch hier. Und dann, wenn man es nicht mehr haben möchte, macht man dann Rechtsklick drauf. Und macht Entfavorisieren. Übrigens, wenn du findest, dass die Übersetzung noch ein bisschen komisch ist, finde ich auch. Aber ich habe das tatsächlich auf Deutsch gemacht. Es gibt nochmal Einstellungen. Und zwar hier. Sprache. Gut, viel gibt es ja nicht. Aber ist komisch. Zweimal Einstellung. Doppelt gemoppelt. Jetzt weißt du das aber auch. Und hier haben wir noch das Log für die, oder die Warteschlange für den Export. Und was eben schon exportiert wurde. Dann kann man noch die Dateien in Premiere bearbeiten direkt. Oder in Final Cut Pro. Mache ich beides nicht. Und hier kann man es löschen. Dann hast du gesehen, man kann auch Rechtsklick drauf machen. Exportieren starten. Ja. Autoframe starten. Okay, machen wir es einfach gleich. Autoframe. Klicken wir mal drauf. Das ist, dafür habe ich tatsächlich auch dieses Beispiel hier genommen. Dummerweise haben wir jetzt überhaupt keine Rückmeldung, dass er gerade die Autoframe-Geschichte macht. Nur hier könnte ich sagen Autoframe abbrechen. Dann sagt er Analyse stoppen. Ne, später. Ne, also nein. Er soll es einfach weitermachen. Autoframe heißt, dass er das Video sich anguckt oder dieses Videoschnipsel und schon versucht, selber irgendwie die Sache zu reframen. Reframen wäre einfach, hier so hin und her zu drehen, das 360-Grad-Video. Und bietet mir dann verschiedene Einstellungen an, die ich direkt nehmen kann oder auch nicht nehmen kann. Jetzt hat er es fertig. Ich mache es auf und wir sehen hier unsere auto-geframeten Videoclips quasi. Hier haben wir den ganz normalen 360-Grad-Clip. Dann hat er den hier, machen wir ein bisschen leiser hier, das ist ja Windgeräusch ohne Ende. Dann hat er den hier so geframed. Okay. Und hier siehst du, dass er jemand getrackt hat. Und zwar hat er hier wohl mich getrackt. Das hat er also alles aus diesem Video selber gemacht. Dann nochmal andere Geschichte. Aha. Okay, meine Frau getrackt. Und hier mein Sohn wahrscheinlich jetzt, der in der Mitte ist. Okay, also er versucht auf die einzelnen Personen einzugehen. Nochmal eine andere Einstellung. Und noch eine Einstellung, wie auch immer, was das hier sein soll. Gut. Das Auto-Frame, ich benutze es eigentlich nicht. Aber an sich ist es gar nicht so doof, dass er einfach mal so ein Ding da raus macht und dann kann man es benutzen oder nicht. Nur dauert es eben zu lange und man hat keine Rückmeldung, ob irgendwas geht oder nicht. Dann weiter bei Rechtsklick. Na, nochmal hier Rechtsklick. Hier haben wir jetzt keinen Auto-Frame mehr drin, weil es geht. Alles auswählen, hier entfernen, alle entfernen, Originaldatei löschen, in Ordner öffnen und Dateieigenschaften. Und hier sieht man eben aufgenommen Insta360 X3 in dem Fall. Mit welcher Bildwiederholrate, welcher Auflösung, welcher Bitrate und so weiter und so fort. Das Ganze gibt es aber auch redundant hier drüben. Wieso gibt es das jetzt hier drüben nicht? Jetzt gibt es es hier. Kurioser Geschichte. Und zwar hier. Hier haben wir die ganzen Infos nochmal. Also es ist redundant. Und dann haben wir hier das Gleiche. Das ist jetzt eins mit der Insta360 X4. Ne, nicht Rechtsklick, sondern hier. Da haben wir dann größere Auflösung, gleiche Bildwiederholrate, viel höhere Bitrate. Und halt auch die ganzen Infos, die wir gerade eben auch schon bei der X3 hatten. Gut, machen wir einfach mit diesem Bild hier weiter. Hier oben Medienprojekt. Da kommen wir noch dazu. Dann kann man hier Reframe. Das ist die Geschichte, dass ich hier hin und her drehen kann. Oder ich kann einfach sagen, ich mache auch das ganze 360-Grad-Video. Kann ich dann direkt so exportieren. Da kann ich natürlich nichts mehr Reframe. Ich kann es zwar angucken, aber das ist, glaube ich, nicht das Ding, was man hauptsächlich mit einer 360-Grad-Kamera von Insta360 macht. Deshalb bleibt mal hier. So, Reframe geht einfach so. Du siehst, ich kann mit der Maus reinklicken und kann das Bild hin und her schieben, wie ich möchte. Und wenn ich jetzt einen Winkel gefunden habe, den ich haben möchte, klicke ich einfach hier drauf und setze einen Keyframe. Das ist dieses Ding, was hier entstanden ist. Und zwar genau an der Stelle da unten, wo die Timeline läuft. Wenn man den Keyframe setzt, kriegst du hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten für den Bildwinkel. Einmal Crystal Ball, sieht so aus. Tiny Planet, sieht eben so aus. Mega, Ultra und D-Warp. D-Warp, guck dafür, dass du gerade Linien hast. Bei Mega und Ultra, vielleicht sieht man es an dem Baum, müssen wir mal gucken. Es sieht halt ein bisschen krummer aus, aber es ist halt ein größerer Winkel. Tatsächlich kannst du die ganzen Sachen aber auch hier einstellen. Guck, hier kannst du hin und her drehen. Hier kannst du hoch und runter machen. Hier kannst du eben drehen. Und dann kann man hier, ja guck, jetzt sieht man hier zum Beispiel Bäume, wie die gebogen sind. Das wäre bei D-Warp nicht. Da können wir hier gucken, haben wir es hier irgendwie, aber das kriegt man hier nicht so weit weg, kriegt man es nicht hin. Also da können wir dann die Verzerrung machen. Gleiches eben, wenn du hier guckst, ändert sich die Einstellung hier. Jetzt haben wir hier zum Beispiel 0, jetzt haben wir hier 0,95. Wir auch, da haben wir einen anderen Winkel. Hier haben wir eins und so weiter und so fort. Also es sind quasi da oben, sind alles nur Voreinstellungen von dem, was man da unten einstellen kann. Tatsächlich habe ich oft Tiny Planet als Ausgangspunkt, nutze den aber gar nicht. Also ich habe hier den Tiny Planet und sage dann, okay, ich möchte auch so rein. Ich kann auch einfach vor und zurück schieben. Das mache ich jetzt hier mit zwei Fingern auf dem Touchpad. Mit der Maus geht es wahrscheinlich mit dem Drehrad oder so. Einfach ausprobieren. Du siehst dann, hier ändern sich auch die Dinge unten, genauso, wenn ich hier jetzt drauf klicken würde. Das ist so meine Vorgehensweise. Gut, und dann können wir eben sagen, wie er von einer Szene zur anderen wechseln soll. Das sind die Keyframes. Der Keyframe sagt einfach, er steht jetzt hier. Dann kann ich sagen, jetzt drehe dich mal hier raus und zwar bis hierher. Das heißt, er dreht sich jetzt linear, langsam, Stück für Stück von mir hier raus. Lassen wir einfach mal laufen. Space drücken oder hier einfach Play drücken. Ne, guck mal, hier ist er noch falsch. Hier müssen wir erstmal hier den Keyframe, muss man nochmal genauer gucken, dass er richtig sitzt. So, ich soll hier drin sein. Und hier soll man in die Richtung gucken. Genau, jetzt Space. Ich bin drin und das Bild dreht sich langsam rüber zum nächsten Keyframe. So, da sind wir jetzt und jetzt haben wir kein Keyframe. Jetzt steht er in die Richtung oder bleibt da, wo die Kamera eben eingestellt ist. Und jetzt könnte ich sagen, okay, jetzt sind wir hier, aber wir wollen jetzt direkt wieder zurückdrehen. Deshalb mache ich jetzt einfach direkt einen Keyframe dahinter und gehe zurück und kann dann sagen, ich möchte da auch ein Tiny Planet. Dann kommt er hierher gedreht und macht Fupp, ganz schnell zu dem Tiny Planet und da kann ich dann auch noch sagen, drehe mich dann so hin, mache ich wieder einen zu einem Fupp, Tiny Planet und drehe den ein bisschen. Genauso wie ich dann auch sagen kann, okay, ich will jetzt wieder näher ran. Das springt jetzt natürlich ganz schnell, aber ich habe nur ein Beispiel, was man so machen kann mit diesem. So, guck, jetzt geht er näher ran, was man eben mit diesen Keyframes machen kann. Jetzt hat er alle Bewegungen linear gemacht. Klickst du aber hier drauf, kannst du noch andere Sachen machen. Also Slip Fade In, das heißt, er macht schnell und dann langsam oder er macht langsam und dann schnell oder macht irgendwie so einen Bogen, keine Ahnung, was das sein soll oder er macht nichts. Nichts müsste alles gleich sein wie das. Also wir machen einfach mal hier, er dreht, guck, er dreht jetzt schneller und wird jetzt langsamer mit dem Drehen. Genauso können wir hier jetzt die Sache ändern. Da müsst ihr jetzt langsam anfangen und dann schneller werden. Fängt ganz langsam an, guck. Und jetzt geht er schneller rüber. So kann man da eben verschiedene Spielereien machen. Benutze ich aber nicht. Ich benutze immer nur linear und wenn ich jetzt die Geschwindigkeit einstellen möchte, also diese Bewegung hier oder linear und nichts, muss eigentlich das Gleiche sein. Diese Bewegung hier, dann sage ich hier, guck mal, mach mal zum Beispiel hier nochmal einen Keyframe in der Mitte und ab jetzt soll er sich schneller drehen, dann gehe ich einfach mit diesem Keyframe näher ran, dann hat er weniger Zeit und dreht sich dann schneller. So, hier haben wir jetzt die langsame oder die moderate Bewegung und jetzt wird er schneller, weil er eben schneller zu diesem Keyframe kommen muss. Ist eigentlich ganz einfach. Da muss man mal ein bisschen rumspielen und dann hast du es ganz schnell raus. Garantiert. Also, du hast gesehen, man kann die Dinger verschieben oder mit Rechtsklick, na, so, jetzt aber Rechtsklick drauf. Das ist wieder schöner. Hier, löschen. Oder, jetzt kommen wir oben ins Menü, kann auch den einzelnen Keyframe löschen oder kann auch alles löschen. Und es gibt ja auch Shortcuts, Keyframe hinzufügen und so weiter und so fort. Nutze ich hier allerdings komischerweise gar nicht, aber hier hast du mal gesehen, also alle löschen, zack, dann sind alle weg. Was vielleicht noch wissen müsste hier über die Timeline, man kann auch hier die Timeline verkürzen oder das Video quasi verkürzen. Gleiches Beispiel oder gleiches schaffst du auch, indem du hier dein Playhead hinstellst und hier drückst oder eben hinten, können wir auch hier her schieben. Oder du packst einfach hier an und machst das Video wieder kürzer oder länger, je nachdem, wie du möchtest, dann läuft es eben da an. Von da an los oder hört da auf. Jetzt stehe ich hier total schräg, das ist natürlich ein bisschen doof. Was wir machen können, gucken wir, laufe ich hier weiter, genau, hier laufe ich weiter, gut. Dann fangen wir mal hier an. Anstatt Keyframes zu setzen, kann man auch sagen, hier, mach Deep Track. Klicke ich drauf, ziehe so einen Kasten um mich rum und mache, dann starten Sie die Verfolgung. Okay, Tracking bereinigen. Na, ich habe es vorher gesagt, der Englisch ist manchmal ein bisschen besser. Aber wir machen starten Sie die Verfolgung und dann verfolgt er mich. Und macht es so, wenn ich überall Keyframes setzen würde, hält er mich im Zentrum. So, guck, jetzt können wir es angucken. So, muss sich keine Keyframes setzen, macht er alles automatisch. Ist ganz cool und funktioniert erstaunlich gut. Wenn dir der Winkel nicht gefällt, klickst du hier drauf, dann kannst du hier auch einstellen, was du haben möchtest oder hier direkt wieder die Blickwinkel verändern oder du lösst es einfach. Kannst entweder draufdrücken und entfernen drücken oder hier, zack, da ist jetzt Tracking weg. Nochmal kurz als Keyframe Beispiel. Hier habe ich jetzt Keyframe, ich bin hier so drin, ich drehe mich um. So. Und jetzt müsste ich die Kamera drehen. Deshalb mache ich hier ein Keyframe, dass erstmal nichts passieren soll und dann drehe ich die Kamera. So. Das heißt, jetzt wird die Kamera nicht komplett mitgedreht. Achtung. Und jetzt drehe er sie. Ja, und wenn ich dann ein bisschen rumwackele mit der Kamera, dann schiebe ich das immer noch so ein bisschen hin und her, dass ich immer irgendwie im Zentrum bin. Kommt aufs Ähnliche raus. Hier könnte ich jetzt nochmal ein bisschen machen. Kommt aufs Ähnliche raus, wobei jetzt dreht er vielleicht schon zu früh. Ja. Kommt aufs Ähnliche raus wie das Deep Track, nur hat man eben mehr Möglichkeiten, wenn man das selber mit Keyframes macht. Dann gibt es hier noch einen Blitz, das heißt Timeshift. Timeshift heißt, die Sache läuft einfach schneller. Kann ich einstellen, wie lange das sein soll? Ah, mit Keyframes kann ich das gar nicht machen. Nee, okay, dann machen wir die Keyframes wieder raus. Keyframe löschen? Nee, ich wollte alle löschen. So, alle löschen, ja. Okay, und dann haben wir jetzt dieses Timeshift. Können wir jetzt länger ziehen und können dann einstellen, wie schnell es schneller laufen soll. Sechs, acht, was weiß ich. Wird dann unsere ganze Geschichte kürzer? Kann ich jetzt einen Keyframe machen? Ah, okay, im Nachhinein kann ich einen Keyframe machen. Machen wir hier auch gleich mal so ein bisschen. Und jetzt läuft es laufen. Einmal hier läuft es langsam und dann läuft es schneller. Hat jetzt ein bisschen geruckelt, müssten wir rausrennen, dann wird es vielleicht nicht ruckeln. Das ist auf jeden Fall Timeshift. Einfach Geschwindigkeit schneller laufen lassen. Außerdem gibt es noch einen Motion ND. Einen hat er automatisch eingeschaltet. Okay. Motion ND, der rechnet dazu eine künstliche Bewegungsunschärfe dazu. Und zwar macht er das ganz gut. Weil das funktioniert wahrscheinlich auch schon, wenn ich ohne Timeshift laufe. So, warte mal, müssen wir hier. Genau, hier laufe ich. Jetzt haben wir kein Motion ND und gucken wir hier auf die Blätter. Das kann gut sein, wenn wir den einstellen oder einschalten, dass die Blätter dann ein bisschen verschwommen sind und ich trotzdem nicht. Ja, doch sind sie. Hast du es gesehen? Na, nochmal hier. Das ist jetzt Motion ND an. Hier sieht man es ganz gut und das ist Motion ND aus. Ja, hier sind sie schärfer und hier hat er eben so eine Bewegungsunschärfe drin, als wie, wenn man länger belichtet hätte. Das geht nicht unbedingt mit der Kamera, deshalb rechnen wir es im Nachhinein rein. Man kann den Motion ND auch, da muss ich ein bisschen rumzuchen, hier kann man noch ein bisschen was einstellen. Machen wir Intensität mal 100, dann sieht man es vielleicht noch krasser. Genau, jetzt sollten wir es richtig gut sehen. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen zu krass, aber nur, dass man es sieht. Vor allem witzige ist auch, wenn man es hier hin und her dreht, ist es auch drin. Wenn ich es wieder ausmache, ist es nicht drin. Coole Geschichte. Gut, hier kann man noch raus und rein zoomen in die Timeline und es war dann eigentlich auch schon die Geschichte hier unten. Hier kann man noch das Zeitenverhältnis einstellen, 1 zu 1, 9 zu 16 wäre ein klassisches Hochformat, 16 zu 9 und so weiter und so fort siehst du alles. Die ganze Geschichte kann man sich auch in einem Vollbild ansehen oder man kann ein Screenshot aufnehmen. Screenshot aufnehmen heißt ganz einfach, wir machen ein Screen oder ein Foto von diesem Bild gerade, das wir hier haben. Das ist manchmal ganz gut, wenn man halt einfach ein Foto haben möchte. Vollbild wollen wir nicht, damit sind wir da unten fertig, kommen wir also zur rechten Seite und da fangen wir oben an. Flowstage Stabilisierung machen wir kurz wieder bearbeiten, alles löschen. Flowstage Stabilisierung ist die digitale oder der digitale Bildstabi von Insta360 einfach. Machen wir den mal aus, dann sieht man wie krass, ah gut, da dreht das sogar zur Seite, also der macht auch einen Horizon Log, wie krass es alles wackelt und wenn ich die Stabilisierung anhabe, wie saugut das dann stabilisiert ist. Direction Log heißt, dass die Kamera immer in die gleiche Richtung guckt. Warte mal, das müsste man hier, wo ich hier umdrehe, genau, hier muss man das sehen. Hier haben wir jetzt, so, jetzt habe ich den Direction Log aus und drehe die Kamera nicht mit. Ja, und jetzt machen wir Direction Log an. und ich bin jetzt weiterhin in der Mitte, weil die Kamera eben immer in die gleiche Richtung guckt. Kann man auch mit Keyframes machen, hier macht es die Sache automatisch, ich mache es immer mit Keyframes. Mehr kann man hier oben nicht einstellen. Kommen wir zum Puzzle. Je nach Insta360-Kamera gibt es hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Also hier haben wir jetzt die X4 und da kann ich natürlich wählen zwischen Standard und Premium Linsenschutz, zwischen Auto, Tauchgehäuse und so weiter und so fort und wenn wir hier zur X3 gehen, dann siehst du direkt unsichtbares Tauchgehäuse, klebbarer Linsenschutz, klar, sind eben andere Geschichten, die man da einstellen kann. Also nicht wundern, je nachdem, das einfach einstellen, was du brauchst oder was du drauf hattest, damit das mit dem Stitching klappt. Stitching ist das Zusammenkleben, nenne ich es jetzt einfach mal, dieser beiden Aufnahmen. Es sind ja zwei Aufnahmen, was die 63-Grad-Kamera macht und die müssen irgendwie zusammengesetzt werden und wenn du eine andere Linse davor setzt, einen Linsenschutz oder ein Dive-Case oder sowas, dann ist die Brechung eben anders, also muss das Stitching auch anders ablaufen. Deshalb muss man das hier einstellen, kann sogar hier noch irgendwas selber einstellen, mache ich aber nie. Ich habe normal, weil ich ganz, ganz selten einen Linsenschutz drauf habe. Aber je nachdem. Dann gibt es irgendwie noch einen Thermogriffüberzug, von dem weiß ich gar nicht, was es ist. Körpernähte, Optionen für Körpernähte. Wie gesagt, ich habe es jetzt einfach mal auf Deutsch gestellt oder normal und hier sind wir dann bei den Stitching-Optionen und da gibt es verschiedene Optionen. Tatsächlich, guck mal, hier sieht man sogar, hier steht Stitching-Line, da habe ich den Stick in der Hand, den Selfie-Stick und je nachdem, was ich da anklicke, sieht es ein bisschen anders aus. Kann ich hier eigentlich in die Mitte schieben und ein bisschen näher rangehen. So, dann gehen wir es nochmal durch. Also das ist jetzt dynamisches Stitching, Optical Flow Stitching und KI-Stitching. Tatsächlich finde ich, KI-Stitching ist meistens die beste Lösung. Kurioserweise ist aber eigentlich immer Optical Flow Stitching standardmäßig drin, ich weiß auch nicht warum. Haut es gar nicht hin, kannst du hier auch kalibrieren. Das dauert ein bisschen und dann versucht es irgendwie neu zusammenzusetzen, aber da sehen wir jetzt noch mehr den Selfie-Stick als vorher, oder? Naja, wie auch immer. Da einfach rumprobieren, wenn es sich hinhaut mit dem Stitching. Wie gesagt, KI-Stitching ist das Beste. Dann gibt es eine chromatische Kalibrierung. Auch hier wieder, wir haben zwei Linsen und die Belichtung beider Linsen muss eben stimmen, die muss aufeinander angepasst sein, damit du eben nicht siehst, dass es zwei Bilder sind. Das ist gar nicht so einfach. Die chromatische Kalibrierung hilft dabei, den Übergang der beiden Linsen besser zu machen. Einfach anlassen, ich kenne tatsächlich kein Beispiel, wo es schadet. Vielleicht gibt es irgendwelche Beispiele, dann weißt du, dass du es hier einstellst. Okay, sind wir hier auch schon durch. Machen wir weiter. Bildprozess. Okay. Color Plus. Hast du es schon gesehen? Ich habe es angeklickt. Die Farben werden kräftiger. Das sieht manchmal gut aus, sieht manchmal nicht gut aus. Ja, musst du entscheiden. Gleiches. Klarheit. Sieht manchmal gut aus, sieht manchmal nicht gut aus. Ich lasse das eigentlich alles aus. Motion ND. Hat man schon. Das ist genau das gleiche wie hier. Guck, da unten geht es aus oder an, wenn ich da oben klicke. Und dann noch Aquavision. Ist eben, wenn man unter Wasser aufnimmt, mache ich jetzt nicht. Da passen die Farben ein bisschen an. Auch da kann man die Stärke einstellen. Dann gibt es noch True Audio. Das ist, wie das interne Mikrofon bearbeitet wird. Aus. Klar. Er macht gar nichts. Er nimmt einfach den Ton so, wie er kommt. Stimmfokus. Versucht er eben, in die Stimme zu verfolgen. Also wenn du in die Kamera redest, dann nimm die Kamera, also sagen wir, du redest hier in die Kamera und das Mikrofon versucht auch ringsherum, schweres Wort, ringsherum den Ton aufzunehmen. Er fokussiert auf die Stimmung. Sagt das Wort eigentlich auch. Und Rauschreduzierung ist auch klar versucht, Windgeräusche zu reduzieren. Ich finde das beides nicht so gut. Deshalb habe ich das hier immer aus. Hier kannst du noch ein Logo einbinden. Entweder ein Insta360 Logo, das hier schon drin ist. Kann ich das verschieben? Nö, kann ich nicht mal verschieben. Doch, hier kein Logo, Größe und Position und sowas. Du siehst schon, ich habe das noch nie gemacht. Kannst auch ein eigenes Logo einbinden. Habe ich aber auch nie gemacht, wollte ich dir nur gezeigt haben. Hier, das habe ich jetzt erst neu zugelernt. Danke an den Alltagsvlog, war das glaube ich, der kommentiert hat, wie das geht. Und zwar kann man hier verschiedene Projekte erstellen, wenn man verschiedene Keyframes hat. Also wir sagen, lassen Sie erst mal diese aquagischen ausmachen. Diese ganze Farbdinger hier. So, dann haben wir ein normales Bild. Und jetzt haben wir hier unsere Keyframes. Wir drehen uns hier so rum und laufen los und sagen jetzt, nee, Moment, sagen wir hier und jetzt dreht er rum und machen wir gleichzeitig ein Tiny Planet. Das ist jetzt unser Ding, wie wir es haben wollen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte aber auch noch anders reframen. Das ist das Schöne bei 360 Grad Kameras, dass ich eben mehrere Bildwinkel oder Blickwinkel aus einer Aufnahme rausholen kann. Und dafür gibt es diese Geschichte. Da kann ich ein neues Projekt erstellen. Da habe ich Projekt 1 mit diesen Keyframes. Dann habe ich Projekt 2 und kann komplett wieder neu anfangen und kann jetzt sagen, hier möchte ich jetzt das Deep Tracking drin haben. Ist jetzt fertig. Hier Projekt 1, Projekt 2 mit Deep Tracking. Und dann kann ich jedes Einzelne exportieren. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man mehrere Bildwinkel möchte oder Blickwinkel möchte und dabei nicht die alten, das alte gereframte löschen möchte. Hat man das alles, kommt man zum Export. Macht man hier oder hast gesehen, kannst du auch hier mit Rechtsklick drauf machen oder da oben bearbeiten. bearbeiten. Irgendwo würde es da oben auch gehen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Export hier. Aber ich nehme immer dieses Icon her. Jetzt. Dann kann man auch hier nochmal wählen. 360 Grad Video exportieren oder Reframe das Video exportieren. Wir haben gereframed, also wollen wir reframe das Video exportieren. Dateiname, klar. Pfad, klar. Und hier kann man noch Presets anlegen. Kommen wir gleich dazu. Bitrate, je höher, desto weniger Kompressions-Artefakte hast du. 200 ist schon ganz schön hoch, aber ich mache es einfach so, weil Speicherplatz ist heutzutage ja nicht mehr so das große Problem. Genauso wie Auflösung kannst du hier einfach angeben. Ich habe 4K, klassisches 4K, kannst du aber auch eine andere Auflösung wählen. Bildwiederholrate kann ich keine andere wählen, als die jetzt aufgenommen wurde, hätte ich mit einer höheren Bildwiederholrate aufgenommen. Dann könnte ich jetzt auch sagen, also wenn ich mit 60 Bilder die Sekunde aufgenommen hätte, könnte ich jetzt auch sagen, exportiere mit 30 Bilder die Sekunde. Habe ich in dem Fall nicht, deshalb kann ich da nichts ändern. Dann kann ich noch das Format, ProRes hat überhaupt keine Kompression, H.265 hat starke Kompression, fällt auch nicht so stark auf wie bei H.264, also Dateien sind kleiner und nimm das, was dir am besten passt. Du wirst dann schon wissen, wenn du ProRes nehmen möchtest, weil das wird saugroß und kein großer Unterschied. Medientipp kann ich ja nicht ändern, klar, weil wir eben ein Video exportieren. Dann hier noch Presets. Ich habe hier einfach ein Preset, nichts, interessant. Bearbeiten, Preset, Name angeben, speichern und dann ist das, was du hier eingestellt hast, gespeichert. Das kann man entweder zur Warteschlange hinzufügen, machen wir mal, oder man hätte es auch direkt exportieren können. Jetzt sehen wir es hier, da oben hat man ja was, Warteschlange. Hier ist es jetzt in der Warteschlange und hier ist immer noch nichts drin, weil es noch nicht exportiert wurde. Und hier können wir uns die Warteschlange abarbeiten lassen. Du kannst auch direkt im Hintergrund exportieren, und du kannst auch dann die Keyframes löschen und gleich weiter bearbeiten. Der nimmt so, wie du den Export gestartet hast, nimmt er die Datei und exportiert sie. Ganz einfach. Das war es auch schon von einer Datei, wie man die reframed. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Falls doch, es gibt hier noch das Handbuch. Uiuiui, okay, das war jetzt ein bisschen, na gut, obwohl jetzt hat es doch aufgemacht. Also hier, How to use, reframe und sowieso, weiter und so fort. Und hier kannst du noch so eine Umfrage machen. Genauso wie hier, kommst du Foren und Tutorials und Tricks und so weiter und so fort. Oder am besten einfach kommentieren und fragen oder das Video noch mal angucken. Kommen wir jetzt aber zum Thema Projekt, denn das ist neu in der Version 5 beim Insta360 Studio und da kann man auch komplett jetzt Videos schneiden. Ich arbeite gerade an einem wirklich alten Video aus meiner Teneriffa-Zeit vor, das ist schon ziemlich genau ein Jahr her. Deshalb machen wir das einfach auf, dann siehst du, wie das geht. Also ich mache kein neues Projekt auf, sondern mache das auf, wo ich gerade dabei bin. Da haben wir es auch schon. Das ist alles ein bisschen zusammengeschoben, aber ich kann es hier einfach auseinanderschieben und du siehst, ich habe hier lauter Keyframes gesetzt, ich habe Musik, ich habe einzelne Videoschnipsel hintereinander und ich könnte noch einen Titel dazu machen. Also es ist ein kleiner, einfacher Video-Editor, der den ganz, ganz, ganz großen Vorteil hat, dass ich hier direkt reframen kann. Du siehst, ich habe hier ein Keyframe in die Richtung, vorher habe ich nur in die Richtung geguckt. Genauso wie hier und hier und da ist eben genau das Gleiche hier auf dieser Seite, was ich vorhin auch einstellen konnte bei den Keyframes. Bild kann ich genauso Sachen einstellen wie vorhin, alles gehen wir jetzt nicht nochmal durch, hast du vorhin schon alles gesehen und Audio kann ich auch ein bisschen was einstellen. Fade in, fade aus, dann Rauschen, Stimmfokus, genau das Gleiche wie vorhin, Lautstärke kann man aber auch hier machen, einfach so hoch und runter und hier, guck, hier kann man fade in hier hin und her schieben und fade out kann man hier hin und her schieben und dann hat man da einfach seine einzelnen Videoclips ist noch nicht fertig und jetzt kommt der nächste Videoclip. Gehen wir zum Ende, dann zeige ich dir noch, wie man Videoclips hinzufügt und was die anderen Geschichten sind. Komm ich hier irgendwie, gibt es noch einen Shortcut? Weiß ich nicht. Achso, Shortcuts, guck mal hier, Shortcuts gibt es jede Menge. Hier, auswendig lernen, dann kann man schneller damit arbeiten, aber ich habe da immer so meine Liebe, Not damit mit dem auswendig lernen. Wir können aber einfach hier ein bisschen zusammen machen. So, hier haben wir ja diese Videos von vorhin, da steht auch temporäre Medien, Projektmedien sind die ganzen Projektmedien und globale Medien habe ich nicht. Du kannst übrigens auch alles mögliche hier reinziehen. Es muss jetzt kein Insta360 Video sein, du kannst Video oder du hast gesehen Musik irgendwas anderes reinziehen. Muss jetzt nicht so sein. Aber jetzt nehmen wir einfach mal das Ding und ziehen es hier hinten ran und dann ist es schon da und es läuft hier weiter. Und wie gesagt, man kann das dann auch reframen, indem man hier drauf klickt. So, dann habe ich hier jetzt meinen Keyframe und das gleiche machen wir hier jetzt nochmal einen Keyframe und sagen, ich möchte einfach weiter weg. Und hier können wir es hier anfangen lassen. Und dann können wir genauso arbeiten wie vorhin, so als ist der Ton zu laut, also machen wir ihn einfach leiser. Nur, dass wir eben mehrere Dateien haben. Wir können auch schneiden, gibt es hier, hier können wir schneiden oder, jetzt machen wir Command-Z, wenn wir hier schneiden, ist hinten gleich weg und wenn wir hier schneiden, ist vorne gleich weg. Auch dafür gibt es Shortcuts. Können schneller machen, schnell langsam, genauso wie vorher, nur dass er halt hier ein bisschen mehr auch Geschwindigkeitseditor an. Aha, okay. Benutzerdefinierte Geschwindigkeit, einmal schnell, im Prinzip das gleiche wie Timeshift vorhin. Wir können auch DeepTrack machen. Also, du kannst genau das gleiche machen wie vorher, nur, dass du mehrere Videoschnipsel aneinander schieben kannst. Und zum Aneanderschieben gibt es hier verschiedene Einstellungen noch. Zum einen Haupttrack-Magnet. Mach das aus, kann ich das so hin und her schieben und ich muss das hier, passiert überhaupt nichts. Mach den Magnet an, zack, wurde es magnetisch rangezogen. Hast du gesehen? Magnet nochmal aus, schiebe ich ein bisschen weg, Magnet an, guck genau hier hin, zack, wieder rangezogen. Hier, andere Sache, automatischer Schnappstoß. Was ist das? Diese deutsche Übersetzung ist halt auch, dass er hier, guck mal, wir machen jetzt mal Magnet aus und machen alles aus, dann wird es richtig schwer, das, guck mal, dann sagt er, überschneiden sich, dann kriege ich das nicht so richtig hier hingesetzt. Jetzt habe ich es hingesetzt gekriegt, wenn ich das anmache, dann weiß er genau, ich möchte es hier ransetzen, auch wenn ich ein bisschen drüber war. Ja, guck mal, wenn ich es aus habe, hier drüber, dann geht es einfach nicht. Hier schiebe ich es ran und jetzt war es so, nee, jetzt macht es nicht mehr. Na, jetzt hat es auch, na, du weißt, was ich meine. Dann haben wir hier noch, also, beide Sachen anlassen. Diese Sache, das ist Geschmackssache. Ich habe es aus. Wenn ich jetzt hier, wenn ich es anhabe, siehst du, kann ich hier mit meinem Playhead hin und her fahren und er zeigt mir genau das Bild an. Wenn ich das ausmache, fahre ich hier hin und her, passiert nichts, da muss ich immer reinklicken und dann bin ich genau an dieser Stelle, wo ich arbeiten kann. Man kann auch Musik hinzufügen. Gibt schon fährliche Musik, jede Menge. Hier mit drin im Insta360 Studio, Race, Christmas, Fantasy, Amusement, wie auch immer, ja, ja, wie auch immer, ich habe Epidemic Sound und lade da die Sachen runter. Kann jetzt aber auch hier, können wir das runterladen. Das ist jetzt Old Joy, können Sie es anhören. und dann nehmen wir es auch einfach und ziehen das hier unten in die Musik rein. Ja, genauso wie Text, gibt es verschiedene Titel, die man hinzufügen kann. Wir sind hier am Berg, auch Climbing, also müssen wir es erst runterladen, okay, und dann können wir jetzt hier draufziehen und können hier verschiedene Sachen hinmachen. Bla, bla, hallo. Und dann kommt der Titel. oder auch nicht. Na, jetzt, da haben wir den Titel. Musst du dir angucken, gibt jede Menge Sachen einfach, um da einzublenden oder auch nicht. Was man nicht machen kann, man kann jetzt nicht mehrere Spuren übereinander machen. Du hast nur einmal Titel, einmal Video, einmal Ton. Mehr geht nicht. Wenn du mehr machen möchtest, musst du auf einen anderen Editor ausweichen. Was du auch noch machen kannst, ist Übergänge. Guck mal, jetzt sind wir genau hierher, am Übergang. Hier gibt es verschiedene Übergänge, auch da gibt es jede Menge. Richtig cool, wenn wir ja jetzt mit 360 Grad Video arbeiten, sind 360 Grad Übergänge. Dass ich hier so zack, sitze, ja, im Auto und dann machen wir einfach mal einen Tiny Planet Übergang. Oh, der ist jetzt auch groß, aber gut. Zack. So was zum Beispiel. Er kann eben das ganze Bild irgendwie hin und her drehen, weil er ein 360 Grad Video hat. Das ist schon cool. Auch einfach mal ausprobieren, was es da alles gibt. Allerdings, ja, allerdings, ja, ich finde es manchmal doch ein bisschen too much. Also ich liebe einfach solche, solche harte Schnitte. Das ist einfach das Einfachste, meiner Meinung nach. Gut. Bist du fertig mit deinem Projekt? Auch hier exportieren. Im Prinzip genau das gleiche wie vorhin auch. Name, Pfad, Voreinstellung habe ich ja noch keine. Dann kannst du hier die Auflösung sogar so wählen. Bitrate, Rahmen ist wahrscheinlich eher die Bildwiederholrate, genauso wie hier das Format. Körnung entfernen. Ach, per KI kann man noch Rauschen entfernen. Okay. Das war's. Und wie schon in anderen Videos gesagt, ich benutze tatsächlich hauptsächlich das Studio, um meine Clips zu reframen. Und jetzt habe ich ganz frisch angefangen, das mache ich hier das erste Mal, dass ich auch so ein ganzes Projekt mache. Und der Vorteil davon ist, kommen wir hier ganz nach vorne, der Vorteil davon ist, dass man eben auf die Musik zum Beispiel, ähm, ja, so, dass ich Bewegungen auf die Musik machen kann. Also, normalerweise habe ich den Schnitt gemacht, aber ich kann jetzt auch einfach sagen, ich mache keinen Schnitt, sondern ich schwenke die Kamera. Deshalb mache ich das hier und das ist eigentlich echt gut und echt einfach, was tatsächlich den Workflow bei mir beschleunigt, anstatt alles einzeln zu machen und es dann in Final Cut zusammenzuschneiden. Ich werde sicherlich noch Final Cut brauchen, aber so, ich finde es echt gut. Wenn du noch Fragen hast zum InstaSv660-Studio oder generell irgendwas von InstaSv660, einfach unten drunter kommentieren, außerdem interessiert mich natürlich, ob du lieber das Studio benutzt oder die App. Müsste ich auch mal ein Tutorial dazu machen, aber ich benutze die App halt nicht, weil ich das Studio einfach besser finde. Es gibt außerdem eine ganze InstaSv660-Playliste von mir, die gibt es hier. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren, denn es gibt sicherlich noch mehr zu InstaSv660 in Zukunft. Hier gibt es mein letztes Video und außerdem nicht vergessen, die Follower-Umfrage. Wenn es irgendwie geht, verlinke ich die dir hier. Wenn es nicht geht, dann verlinke ich dir hier meinen Beitrag zur InstaSv660-X4. Man sieht sich. Ciao. Ciao.